Hi Sarah, kennst du schon die neue App Rühr den Finger? Ne, sowas kenn ich nicht. Solltest du dir unbedingt runterladen. Ok, dann bis morgen. Tschüss. Tschüss. Oh, die Schule war so anstrengend. Jetzt lade ich mir die App runter. Mal sehen, wie die ist. Sie heißt, Rühr den Finger. Piu, 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 piu. Hallo. Hilfe, ich werde ein Zähne gezogen. Danke. Vielen Dank.